Sollen wir vielleicht ein Base oder so machen? Oh mein Gott. Hinter mir ist einer. Das wäre schön, wenn ich nochmal die 3 Gold safen könnte. Die haben wieder Gold gesaved. Hä? Was war das denn? Ich verstehe es nicht. Das gibt gar keine Sinne. Ich habe Baseball down. Nein. Also falls er ein Baseball hatte, aber ich denke mal er war fully cool und habe die ganze Zeit in der Base gechillt. Da habe ich mich versteckt, Alter. Puh, ich Sneaky Ninja, Alter. Lass den Clan holen! Junge bei Nils, Alter. Was ist los mit dir? Ne, geht mir jetzt auf die Eier. Ja, Mann! Irre! Genommen! Vorhaut! Genommen! Ja, ich hatte noch nicht so einen Platten bekommen, bevor er Stress hatte. Boah, Deo, du bist so gut. Krieg ich ein Autogramm? Wenn jetzt einer durchrennt, keiner ist Base, ne? Ich porte mich, übrigens. Was ist denn mit dir? Bei Nils kommt OP-Wick. Noch einer? HWQ bei Nils? Äh... Jetzt ist es bei Nils erst. Nils-Hestri? Hä? Ach Junge, die beiden gehen mir auf die Eier. Nein! Und dann kommt noch einer durch! der hat hits drin und wenn jetzt ist tot das war knapp alter aber die haben noch mal gold gesaved ich verstecke mich vielleicht gehen die beide aus der base das wäre sick oh ich kann chest looten theoretisch auch wenn die mich beide nicht bemerken dann kann ich entweder chest looten oder sogar beta bauen wenn es gut läuft aber dafür muss es sehr gut laufen und dafür muss keiner base sein also wenn ihr könnt versucht einmal keinen zu töten wenn alle draußen sind ansonsten ist mir egal zwei gehen jetzt raus haben die vorne immer noch keine schutz auch die haben noch kurz scheiße die kommen jetzt die zwei zu und der letzte ist ja der letzte ist fulle crew ja ich weiß ich weiß wo die alles haben oh mein gott ich kann ins bett holen ich kann ins bett holen ja wartet jungs ich muss erst das war jetzt ganz schlechtes timing das war ganz schlechtes ja ich hätte wissen müssen in welchem ding das die eisenbicke ist dann hätte ich das bett gehabt ich hätte mich niemals bemerkt ja aber oh mein gott da war schon was drin scheiße zweites auch ausgekontert und ich hab ihn down ich hab ihn down ich hab ihn down ich hab ihn down ich geh gold saven aber das mit dem tnt ist keine schlechte idee ja das wollt ihr in ganze zeit schon machen aber jedes mal haben nicht die gegner gekehlt äh könnten wir mich saven nochmal einer op weg oh mein gott wenn ich jetzt sterbe das wäre so scheiße ja ich war da auch gerade in der situation wo ich einfach nur eine gute picke gebraucht hätte äh die haben immer noch eine ecr schafe äh deo geh weg von der chest einige schafe ja bei uns sind alle drei jetzt brauchen wir sie äh deo du hast alles gold im inf oder ja ok du hast nur le- du hast keine lederrüstung ne ne ich krieg keinen gehittet ab einen down doch nicht oh mein gott äh ich pushe den ein der alleine öffnet kannst du machen wo ist denn der andere lol hey wer lebt denn jetzt noch ok der leuchtende am besten nice jungs alter ja man stark pu puu gg sagt die fashion crew just gg die jungs sie die